Hat es gemundet? Ja, danke. Dankeschön. Was für ein schöner Abend. Hättest du gedacht, dass wir beide je ein Paar werden? Naja, ich habe uns eine 30-prozentige Chance gegeben. Das Schicksal hat es so gewollt. Das glaube ich auch. Allein die Tatsache, dass du mich angesprochen hast, das war ein Wahrscheinlichkeitsfaktor von 0,003%. Und jetzt feiern wir schon unser Einjähriges. Und wir haben uns nicht ein einziges Mal gestritten. Wir sind schon was ganz Besonderes. Denn zwei von drei Paaren haben im Schnitt im ersten Jahr 3,8 Auseinandersetzungen. Bei Paaren unter 45, die in Großstädten leben, sind es sogar 4,1 Streits. Klaus, ich muss dir sagen, dass ich mit dir unheimlich glücklich bin. Es macht mich glücklich, wenn du glücklich bist. Denn eine glückliche Beziehung ist auch das Wichtigste für die meisten Menschen. Gefolgt von Gesundheit, finanzieller Sicherheit, Eigenheim und Zahnersatz aus Keramik. Klaus, ich finde das ja ganz süß mit deinen ganzen Statistiken. Aber findest du nicht, dass unsere Beziehung etwas Besonderes, etwas ganz Einmaliges ist? Aber natürlich. Das steht doch ganz außer Frage. Liebe lässt dich doch nicht in Statistiken festhalten. Das sagen übrigens auch 83% aller frisch verliebten Paare. Im Osten sind es sogar 93%. Aber was ist denn, mein Schatz? Du schaust so traurig. Habe ich dir wehgetan? Klaus, wir sind hier in diesem wunderschönen Restaurant. Bei einem romantischen Candlelight Dinner. Was glaubst du, was eine verliebte Frau da gerne hätte? Sag nichts. Ich weiß es. Verena, mein Schatz. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Du bist mein Ein und Alles. Und hier kommt meine Frage. Willst du meine Frau werden? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Sag nichts. Ich habe dir alles aufgeschrieben. Also, hier ist die Frage. Willst du meine Frau werden? Und du kannst antworten. Von 1 bis 6. Also von 1 Nein auf keinen Fall bis 6 auf jeden Fall. Und somit habe ich statistisch gesehen eine 16,6-periode-prozentige Chance, dass du Ja sagst. Schatz, statistisch gesehen bist du für mich eine Null. Das war ja wohl eine hundertprozentige Abfuhr. Das war ja wohl eine Hundertprozentige Abfuhr.